Willkommen zusammen. Mein Name ist Jörg Kersten, ich bin Dozent für Digitale Mediengestaltung an der Volkshochschule und ich möchte euch heute die GoPro vorstellen, für die ihr euch entschieden habt. Die GoPro 9 kommt in diesem wunderschönen kleinen Koffer mit allen Einzelteilen und wir können mal reingehen und auspacken und schauen, was wir da finden. Zum einen finden wir natürlich die Action-Kamera, selbst klein schwarz, wasserdicht. Wir haben dazu eine Befestigungsmöglichkeit für verschiedene Stative, die berühmte GoPro-Schraube. Wir werden noch feststellen, wie diese Verbindungen funktionieren. Das ist ein lustiges System. Natürlich bietet die Kiste auch noch einen USB-C-Anschluss mit einem Ladekabel. Könnt ihr an jedem Standard-USB-Ladekabel oder auch an einem Notebook unkompliziert mit Strom beladen. Die Anleitung in der Kiste ist eine sprachneutrale Piktogrammdarstellung. Die Anleitung der wichtigsten Grundfunktionen, ihr seht, wie ihr da den Akku entnehmen könnt, die SD-Karte reinschieben etc. pp., sollte im Idealfall später wieder in den Karton zurückwandern. Das wichtigste vorab, damit eure GoPro auch schöne Bilder machen kann, müsst ihr natürlich eine Speicherkarte besorgen. Die müsst ihr auch selbst besorgen. Es handelt sich hierbei um eine SD-Speicherkarte. Es gibt verschiedene Qualitäten. In der Betriebsanleitung von der GoPro und auf der Webseite kriegt ihr da weitere Informationen. Es ist gar nicht so einfach, die GoPro zu öffnen. Dafür müssen wir uns einmal genau anschauen, an welcher Stelle der Verschlussmechanismus ist. Den seht ihr, wenn ihr mit dem Daumen hier reinfasst, seht ihr einmal dann besonders gut, wenn ihr an dieser kleinen Kante zieht. Schließen geht genauso. Etwas gegendrücken und dann wieder schließen. Ansonsten zieht nicht hier oben an dieser Stelle. Das ist ziemlich verwirrend. Also einmal kurz hier unten ziehen und schon ist die Klappe offen. Das Besondere an dieser Klappe ist, dass sie wasserdicht abschließt. Das heißt, sie muss auch gut schließen. Ihr könnt die Klappe hier oben an dem Scharnier einfach auch mal ganz abmachen, sodass wir diesen Bereich viel besser sehen können. Ein Akku sitzt in der GoPro. So, normalerweise müsst ihr den gar nicht rausnehmen, aber falls es mal nötig ist, den Akku zu wechseln, gibt es hier einen wunderschönen Griff, an dem man das Ding bequem rein- und wieder rausziehen kann. Was Sie sehen können, wenn die Klappe auf ist, ist ein USB-Anschluss für das Ladekabel, was ich euch schon gezeigt habe, und ein kleiner Schlitz für diese SD-Karte. Versucht die Karte möglichst vorsichtig in eine bestimmte Richtung hineinzustecken. Mit dem Fingernagel etwas tiefer, dann bleibt sie stecken. Und danach könnt ihr die Klappe am Scharnier wieder befestigen und ganz normal zudrücken, arretieren und fertig. Nachdem wir die Speicherkarte eingesetzt haben, können wir uns jetzt die weiteren Bedienelemente der GoPro anschauen. Auf der linken Seite habt ihr den Haupt-Ein- und Ausschalter. Dieser hat auch noch weitere Funktionen, die wir später noch genauer betrachten. Auf der Oberseite seht ihr einen ganz normalen Auslöser. Der Auslöser ist dazu da, schnelle Filmaufnahmen oder auch Fotos ganz spontan aufnehmen zu können. Auf der Unterseite findet ihr zum Ausklappen zwei kleine Flügel, die später nötig werden, wenn ihr die Kamera mal auf ein Stativ oder auf eines der anderen Zubehörteile befestigen möchtet. Ich drücke jetzt einfach mal zwei Sekunden auf den Ein-Aus-Schalter und ihr könnt sehen, wie das Display auf der Rückseite der GoPro aufleuchtet und wunderbar die einzelnen Bedienelemente zeigt. An dieser GoPro gibt es nicht besonders viele Schalter. Es ist natürlich auch der Wasserdichtigkeit geschuldet. Dafür haben wir ein Touch-Display, so wie wir es vom Smartphone kennen und können dieses bequem mit Streichen der Finger bedienen. Streichen wir von oben nach unten, können wir die verschiedenen Grundeinstellungen vornehmen. Unter dem Knopf Einstellungen finden sich dann mögliche Einstellungen wie Verbindungen, Sprachsteuerung, Einstellungen für den Touchscreen, die Helligkeit, örtliche Einstellungen, Spracheinstellungen etc. pp. Streichen wir von links nach rechts, können wir mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Kamera zwischen Zeitraffer, Fotografie und Film hin und her wechseln. Die gleiche Einstellung findet ihr übrigens auch, wenn ihr kurz auf den Ein-Aus-Schalter drückt. So könnt ihr bequem und schnell zwischen den verschiedenen Aufnahmemodi tauschen. Im Standardmodus filmen wir mit der GoPro und können die Feineinstellungen der Filmqualität einstellen, indem wir einfach mal auf Standard klicken. Ihr seht eine vordefinierte Einstellungsmöglichkeit für Aktivität, Kino, Slowmotion. Ihr könnt aber mit dem Pluszeichen auch einfach eure ganz persönlichen, individuellen Einstellungsmöglichkeiten wählen und einrichten. Die Video-Standard-Einstellung steht auf Full HD. Die meisten Leute werden sich aber freuen, dass diese Kamera natürlich auch 4K-Videos drehen kann. Und das ist die erste Einstellungsveränderung, die wir einmal ganz kurz vornehmen. Wir klicken dazu einfach mal auf Standard. Daneben seht ihr dieses Bleistift-Symbol und damit kann man die Einstellung vornehmen. Ich gehe die einmal ganz kurz durch, weil da wichtige Informationen noch versteckt sind. Ihr habt bei der Auflösung die Möglichkeit, mit Full HD zu filmen. Das ist wunderbar. Etwas bessere Bildqualität und wesentlich interessanter sind vielleicht die 4K-Einstellungen. Dazu müsst ihr nur noch mal bestätigen, dass ihr den neuen Codec auch unterstützen wollt. In den 4K-Einstellungen könnt ihr hervorragend erstmal mit 60 Bildern pro Sekunde arbeiten. Das klappt super. Wenn ihr zurück wollt, findet ihr oben im Display immer einen Pfeil zurück und könnt diesen entsprechend bedienen. HyperSmooth ist eine Bildstabilisierungsfunktion, die ihr auf jeden Fall, zumindest zu Beginn, eingeschaltet haben solltet. Diese Stabilisierungsfunktion sorgt dafür, dass die Bewegungen, die ihr mit dieser Kamera macht, wirklich sehr, sehr weich sind und genau den richtigen Look und Feel haben, den ihr wahrscheinlich haben möchtet. Die anderen Einstellungen könnt ihr einmal in Ruhe euch anschauen. Ich würde auch empfehlen, euch einige YouTube-Videos anzuschauen zu diesem Thema, um die genauen, tiefen und technischen Details der Kamera kennenzulernen. Im Fotomodus habt ihr Möglichkeiten, den Bildwinkel zu verändern. Dazu müsst ihr nur in die Grundeinstellungen gehen, wieder auf den Bleistift, um dann dort zwischen einem extremen Weitwinkel und einem etwas geringeren, schmaleren Bildwinkel zu wechseln. Für einige Fotos macht das sicherlich Sinn. Für das Filmen mit der Kamera ist es wahrscheinlich spannender, wenn man wirklich den großen Weitwinkel eingestellt lässt. Mit der GoPro könnt ihr natürlich Zeitrafferaufnahmen aufnehmen. Dazu solltet ihr aber auf jeden Fall auch ein Stativ benutzen. Diese schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Seid ihr erstmal im richtigen Modus, reicht ein Druck oben auf den Auslöser und ihr fangt an zu filmen oder habt ein Foto geschossen. Weiterer Druck einmal drauf, unterbricht die Aufnahme dann wieder. Damit ihr die Action-Kamera bequem mit euch tragen könnt, haben wir ein großes Sortiment zusammengestellt, an dem man dieses Kamera-Gehäuse befestigen kann. Zum Beispiel ein kleines Stativ. An diesem erkläre ich euch jetzt auch einmal, wie die besondere Befestigungsschraube der Action-Kamera funktioniert. Unter der GoPro findet ihr zwei Flügel, die ihr einfach ausklappen müsst. Diese beiden Flügel schiebt man in die Ritzen von diesem Stativ hinein und dann kommt diese Schraube dort hinein, wird einmal festgedreht und schon bewegt sich diese Kamera kein Stück mehr. Und schon ist die Kamera auf dem Stativ befestigt. Wenn ihr andere Zubehörteile verwenden wollt, dann nehmt ihr die Schraube einfach wieder raus. Die Kamera kann dann einfach und unkompliziert zum Beispiel an dieses Teil gebaut werden. Wenn ihr mal Unterwasseraufnahmen machen wollt, dann hilft dieser Handgriff dabei, dass die GoPro nicht einfach untertaucht. Zusätzlich zu dieser Schraubenverbindungstechnologie hat die GoPro noch so ein Klicksystem, so ein besonderes. Ich zeige das einmal hier an diesem Befestigungsstativ. Das könnt ihr einfach an einer Glasscheibe befestigen. Aber ihr seht schon, mit den Flügeln alleine kommt ihr hier nicht weiter. Ihr müsst hier jetzt diesen Klickadapter nehmen, befestigt ganz normal eure GoPro mit der Schraube an dem Adapter und könnt dann diesen Adapter einfach auf das jeweilige Zubehörteil draufschieben. Es geht manchmal ein bisschen schwierig, wundert euch nicht. Ihr müsst ein bisschen Kraft aufwenden, aber mit der Zeit kriegt ihr das sicher hin. Dass die GoPro ein Display hinten hat für die Einstellung ist fantastisch, nur leider könnt ihr das, wenn ihr ein Selfie machen wollt, überhaupt nicht sehen. Deswegen verbinden wir jetzt einmal die Kamera mit einem Smartphone. Die passende App könnt ihr einfach aus dem Google Play Store oder fürs iPhone aus dem App Store herunterladen. Sie heißt GoPro Quick. Die Verbindung zwischen GoPro und Smartphone ist sehr einfach. Ihr swappt einmal auf dem Kamerarücken nach unten, klickt auf Einstellungen, Verbindungen und könnt dann auf Gerät verbinden gehen. In dem Fall wollen wir es mit der GoPro Quick App verbinden, also wähle ich GoPro App aus. Die Anleitung, die jetzt erscheint, erklärt euch, wie ihr auf der App weiterverfolgen solltet. Unten rechts ist das Symbol für die GoPro und wir können jetzt einfach eine GoPro verbinden. Das klappt hervorragend, wie wir jetzt sehen können. Wir müssen noch einmal kurz auf Kamera koppeln gehen und die Verbindung ist erfolgreich. Nachdem die Verbindung steht, könnt ihr einfach im Display des Smartphones auf GoPro steuern klicken und schon seht ihr das Bild, das die Kamera euch anzeigt. Dazu muss jetzt nur noch die Vorschau aktiviert werden und ihr könnt hervorragend Selfies filmen. Damit die Bilder auf dem Smartphone auch angezeigt werden, reicht die Bluetooth-Verbindung leider nicht. Dafür verbindet sich das Smartphone jetzt noch einmal per WLAN. Nachdem ihr das bestätigt habt, könnt ihr endlich sehen, was eure Kamera sieht. Informationen zur Bedienung der App findet ihr natürlich auf der GoPro-Webseite oder schaut einfach mal bei YouTube rein. oder schaut einfach mal bei YouTube-Verbindung.